. Hallo, mein Name ist Stefan Nadarski und wir kochen uns heute ein feuriges mexikanisches Mais-Bohnengemüse mit vegetarischen Mühlen-Nuggets. Okay, wir machen hier ein klein bisschen Öl rein. Wir fangen mit dem Gemüse an, ja? Dann haben wir natürlich hier drüben Bohnen, Mais, also alles, was so ein bisschen für Mexiko steht. Limettenabrieb nehmen wir noch dazu. Ein bisschen Kreuzkümmel, wie gesagt, und Knoblauch. Knoblauch finde ich immer ganz gut. Wir nehmen noch ein klein bisschen Ingwer dazu. Fett heiß, okay? Einmal kurz durchschwenken. Ein bisschen Mais. Bohnen. Wir brauchen noch ein bisschen hiervon, damit es wirklich mexikanisch feurig scharf wird. Seid vorsichtig mit den Dinger. Die Dinger sind extrem scharf. Und jetzt machen wir hier parallel dazu unsere Veggie-Nuggets auf. Achtung! Oben aufreißen. Rausnehmen. Öl in der Pfanne haben wir heiß. Passt auf, irgendwie weg vom Körper. Reinschmeißen. Jopp. Und die brauchen gar nicht so lange. Immer alles ein bisschen mit Bewegung halten. Gemüsebrühe. Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und Kreuzkümmel. Ein bisschen umrühren. Was machen wir, wenn wir noch mehr Mexiko haben wollen in unserer Pfanne? Limette. Einfach nur ein bisschen was von der Schale nehmen, ja? Gar nicht so viel. Aber das bringt einen unheimlichen Aroma-Kick. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig. Anrichten! Das war jetzt mein Rezept gewesen für feuriges mexikanisches Bohnengemüse mit vegetarischen Mühlenluggets. Viel Spaß beim Nachkochen!